Okay, wurde er jetzt angeschrieben oder eben hat er sich um eine Lizenz kümmern müssen. Mich für meine Streams an sich betrifft das nicht wirklich. Geil. Diesmal nicht. Alter, die normalste Kombo jemals. Nein, kein Disrespect. Schade, Alter. Schade, schade. Ich wollte die da auch nicht unbedingt Turnieren jetzt nicht kontrolliert werden. Und er kommt einfach mit dem Samus Counterpick. Wobei er kommt, ja okay, ich check's jetzt. Er kommt mit der Liste an. Das heißt, danach kommt wahrscheinlich Mario. Wenn er auf Aegis keine Lust hat. Ich weiß Bescheid hier. Alter, das hat gekommen, Mut. No way, Junge. Brutal. Die Double Down ist sogar noch fast Triple, Alter. Aber hat er schön gemacht, schön gewartet. Warten ist halt das auch so ein bisschen, was das zerstört. Trotzdem, Junge. Die ganzen Down-Ears, Alter. Guck mal, da kommt was. Okay, das war nice. Das war sogar sein Tod, oder? Ah nein, sehr schön recovered. Ey, Jaggi, was geht? Moin, Moin, Moin. Und ja, ich hab's natürlich gestern sehr hart getroffen, Mann. Es gab auch bei Tittichus, der dann richtig viele DQs ist. Ich bin unter anderem ja auch rausgegangen. Aber ich bin ehrlich, ich glaube, es kann... Also, es ist auf jeden Fall nichts Gutes, so... So ein Mini-Turnier, Junge. Als ob da dann Nintendo... Wie sollen die da überhaupt von mitbekommen, wenn das Kleine ist, ne? So ein Weekly oder sowas. Dafür kriegt Nintendo doch nicht wirklich mit, ne? Alter, die Kombo geht einfach ab hier. Der Goat hat leider nichts gemacht, aber egal. Nein! Gut gegrabt. Lass mich raus. Und ja. Ich hab vorhin schon gemeint, wir müssen einfach hoffen, dass dann... Was war das? Alter, let's go. Yo! Es läuft mit den Spikes, hä? Dass Turniere stattfinden. Die wollen halt, dass die Turniere irgendwie... Krass geregelt werden, so. Obwohl sie zuvor sowieso nie... Sich für Turniere interessiert haben. Möchten sie jetzt auf einmal bestimmen, wie diese Turniere ablaufen. Das ist schon... Weird auf jeden Fall, ja. Das Ding ist, ich hab ja erklärt, dass jedes Unternehmen wachstumsorientiert ist. Bedeutet, Nintendo... Denkt ja wirklich, was die machen, ist schlau. Das schon, ja. Und daher hoffe ich halt auch so ein bisschen, dass jetzt durch die ganzen... Durch die ganze Kritik, Nintendo vielleicht auch nochmal ein bisschen was anpasst. Oder es zumindest für Leute wirklich einfacher macht, diese Lizenzen zu bekommen. Aber ja, so allgemein, wenn man sich nicht so krass mit dem Thema befasst, denkt man jetzt halt so, war's das jetzt mit Turnieren? Und das ist natürlich eigentlich an sich echt schlechte PR für Nintendo, ne? Um auf Turniere zu gehen. Aber es gibt ja auch viele Spieler, die gar nicht auf Turniere gehen können, weil sie eh sowieso noch zu jung sind oder nicht das Geld dafür haben. Und die zocken dann halt einfach, äh... So, ne? Bei Online-Turnieren ist es halt, wie gesagt, da stellt sich dann halt die Frage mit Online-Turnieren, weil... Äh... Viele zocken eben ja auch, um dann bei Online-Turnieren mitzumachen, weil sie für offline nicht das Geld haben, aber online kostet ja nix. Da ist halt... Ja, let's go, Junge. Ja. Da konnte er nichts mehr machen. Nice, Mann. Mit Luigi. Äh... Das ist nicht Aiden. Aiden ist nochmal jemand anderes. Koshirai ist aus, äh... Ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht, aber ich hätte jetzt gesagt, VIA. So ne Crew, wo zum Beispiel auch unser... Der Sinomorph von... Von Freiburg hier. Auch, äh, drin ist. Aiden ist, soweit ich weiß, in gar keiner Crew. Und ist auch generell nicht so... Nicht so beliebt. Für sein... Auch fangen. Und natürlich habe ich direkt ne kleine Stage. Mies. Jetzt kann ich gar nicht richtig campen. Ich habe mir noch nie irgendwo ein Emote gekauft. Habe ich an sich eigentlich auch nicht vor. Weil ich halt so selten selber irgendwie auf Twitch bin. Nice. Was? Einfach Sleut du Dörf, Alter. Vielleicht die zweite, das wäre richtig wild. Ja, nice. Okay, Leute. Okay. Einfach vor Fun. Die spielen. Alter. Ey. Passt, man. Den Stock werfe ich gerne weg. Der Double Dunk, Junge. Ja, normalste Kombi ever. Entweder Glynja leichter als gedacht. Oder Charge Shot. Gerade krasser als gedacht. Irgendwie. Ey, es geht so ab, ne? Sogar die Rolle gerietet, ey. Der letzte Stock war Eskalation plötzlich. Warum soll man direkt Tufe abklatschen, nur weil man was zu Smash macht? Auch geil, Mann. Hallo, bin von vorne rein Nuxi. Oh. Äh. Was ist das denn für ein Tech, Dough? Alter. Okay, Bro, aber willkommen im Stream. Ich finde Tushi immer geil, wie Tushi für den Algo schreibt. Immer eins zu eins, so richtig und trocken. Ja, Mann. Ey, muss. Auch solche Kommentare helfen halt. Ich bin so jemand, wenn irgendwer False Information bei TikTok da raushaut. Alter, war das true? Ah, rough, ne? Kommt der schnelle Sniper. Ach, schade. Oh, aber die Down, ja. Nice. Mischig, was geht. Komm, Stream. Oh, das hat noch gekommen. Nice. Aber ja. Das ist, das ist auf jeden Fall die, die Unterhaltung dann. Und das hat nie im Leben gekillt. Gerade bin ich einfach mit... Oh mein Gott. Okay, okay. Warte. Alter, das hat ihn weggespiked. Okay, ja. Vielleicht brauche ich auch einfach nur Glück. Dann geht das auch. Chain Grabs, Junge. Alter, was ist das für eine Kombo? Einfach Kasse im Kombo ist hier. Komm. Oh nein, der ist die. So, aber ich will noch meine Bombe zum Schuss haben. Ich bin einfach der Könner. Digga, ach, Mann. Ich bin einfach der Könner.